Hey Leute, was geht's ja? Was geht's ja? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute drehe ich für euch den versprochenen Unhaul. Den gab's noch nie, also sowas gab's noch nie auf meinem Kanal. Wird's auch wahrscheinlich eher sehr selten geben. Aber es haben sich eine Menge Bücher angesammelt, die in dem Schrank der Schande gel- Was ist das? Die im Schrank der Schande gelandet sind. Was war das für ein schwerer Satz? Ich hab heute so Sprachprobleme. Es ist einfach die Traurigkeit. Naja, auf jeden Fall haben sich viele Bücher im Schrank der Schande gesammelt. So. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Ignoriert die Tatsache, dass ich einen Pulli trage. Irgendwie hat mich gerade eben so eine Kälte überkommen. Und war nicht cool, also hab ich mir gedacht, okay, ziehst du jetzt halt zum Film mit einem Pulli an. Wahrscheinlich hab ich in 5 Minuten die Wärme des Todes und muss ihn ausziehen. Aber das werde ich nicht zulassen. Ihr werdet mich im Pulli sehen. Das ist übrigens mein Abi-Pulli. Okay. Ja, da steht drauf, äh, Get Abi or Die Tryin'. Was ein super Motto ist. Ich bin unglaublich stolz auf unser kreatives Team. Naja. Egal. Wir reden jetzt über die Bücher, die ich nicht mehr behalten möchte. Fangen wir an. Ähm. Ich hab hier ein paar. Naja. Bei den meisten hab ich Gründe, bei einem oder zwei nicht. Da bin ich auch noch unsicher. Vielleicht lass ich mich von euch da irgendwie einlullen. Ja, fangen wir an. Das erste Buch, was hier liegt, ist Tempting Love. Hände weg vom Trauzeugen von Jalyn, also von Jennifer L. Amontrout. Leute, wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich Jennifer L. Amontrout liebe. Ich liebe diese Frau. Ich finde, sie kann so gut wie nichts falsch machen. Aber dieses Buch war ein Desaster. Ähm. Ne. Die Protagonistin hat genervt. Der Protagonist war noch schlimmer als die Protagonistin. Was ist das für ein Format? Kurz zum Vergleich. Das ist... Das ist nicht normal. Seht ihr das? Das ist winzig. Bäh. Hässlich. Ich will die ganze Reihe hier nicht stehen haben. Es geht wieder um Brüder. Und also ne. Ich war einfach unzufrieden. Ich meine, es hat drei Steine bekommen, was ja in der normalen Welt nicht schlecht ist. Aber für ein Jennifer Buch ist das für mich, äh, krass Katastrophe. Also, ne. Das kommt weg. Dann ne ich das mal hier hin. So. Das nächste Buch. Dazu habe ich eine Rezension gedreht. Ich werde einfach mal alle Rezensionen verlinken, die ich gedreht haben sollte. Und zwar ist das Top Ten von Katie Coutugno. Pff. Boah. Pff. Wenn man meine Meinung dazu hören möchte, kann sich gerne, wie gesagt, die Rezension angucken. Dieses Buch hat einen Stern bekommen. Ich habe es wirklich nicht gemocht. Das einzige Ding, das einzige, was okay war an dem Ganzen hier, war der Schreibstil. Aber es hilft mir halt nicht. Das Ding ist, Katie Coutugno schreibt einfach keine Geschichten, die mit mir reden. How to Love werde ich nicht lesen. 99 Days werde ich nicht lesen. Fireworks werde ich nicht lesen. Und dann habe ich das hier gesehen und dachte mir, oh, das klingt cool. Und dann war es einfach die absolute Katastrophe. Ich habe jeden Moment gehasst. Es ist einfach nicht gut. Es landet im Schrank der Schande und wird irgendwann verkauft. So, dann das nächste Buch, das tut mir ein bisschen leid, dass es hier landet ist, ist Level 6 Unsterbliche Liebe von Michelle Rowan. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand es nicht super. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich es re-readen soll, bevor ich es in den Schrank packe. Aber da hatte ich dann keine Lust drauf. Und der Grund, warum es im Schrank gelandet ist, ist einfach, es ist nur ein Einzelband. Das heißt, es muss nicht in meinem Regal stehen. Es ist lila-rosa-artig. Das passt neben gar nichts. Es sieht einfach immer hässlich aus. Ich kann nicht sagen, ja, es wird bald gut aussehen, wenn der Rest der Reihe da ist. Weil es gibt keinen Rest der Reihe. Es ist einfach einen Platz mehr im Regal. Und den wollte ich. Und deswegen ist es rausgefallen. Aber es ist nicht wirklich schlecht. Also, das ist kein Buch, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Wenn ihr Bock habt auf so eine Art Gameshow, guckt euch das an. Ja, dann habe ich hier Der Dieb, Die Legenden von Natulia von Meghan Wallen-Turna. Das ist einfach nur hier drin gelandet, weil ich ja die englische Reihe jetzt lese und nicht die deutsche. Und ja, das ist der Grund, warum das deutsche Buch jetzt halt im Schrank der Schande gelandet ist. Aber das Buch an sich war gut. Also, solltet ihr euch angucken, die Reihe. Dann habe ich hier Du bist noch nicht tot von Dan Wells. Das ist der vierte Band der Serienkiller-Reihe, glaube ich. Ich glaube, also der erste ist Ich bin kein Serienkiller. Den habe ich nicht gelesen. Den habe ich meiner Mutter gekauft vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ohne zu wissen, dass das eine Reihe ist. Dann hat sich meine Mutter die ersten drei Bände gekauft. Hat die gelesen, hat das jetzt gelesen. Die drei Bände hat sie dann in meinen anderen verschenkt. Jetzt habe ich den hier noch. Und weil ich die Reihe nicht lesen werde, steht sie nicht in meinem Regal. Weil die einzigen Bücher, die ich nicht lese und trotzdem im Regal stehen, ist Throne of Bless. Einfach, weil die Büps sind und die stehen abseits von meinen richtigen Büchern. Wenn man eine Bookshelf-Tour gesehen hat, weiß das. Und ja, deswegen ist das ja halt im Schrank der Schande. Auch hier sage ich nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach nicht die Art Buch, die ich lese. So, dann haben wir hier eine ganze Reihe, nämlich die Love Games von Sarah Hart. Die bestehen aus, Moment, Spiel ohne Regeln, das Spiel geht weiter und mit dem Vorjahrspiel immer nicht. Ja, diese Reihe stand seit, ich glaube, 2015 in meinem Regal. Und sie durfte da nur stehen, weil ich diesen Band hier, also das Spiel geht weiter, super fand. Jetzt habe ich die Reihe, also den Band, den ich mochte, gerereadet. Mochte den jetzt auch nicht mehr, also hat es einfach keinen Sinn mehr für mich, die Reihe im Schrank stehen zu haben. Am ersten mochte ich das Konzept nicht. Ich finde, beide Charaktere waren unausstehlich. Dieses Buch hatte so viele Szenen einfach aus Beautiful Desaster geklaut. Einfach genommen den Satz und genau so ins Buch gepackt. Ich weiß nicht, welches Buch zuerst da war. Vielleicht hat auch Beautiful Desaster geklaut. Oder vielleicht wurde gar nicht geklaut und es war ein Versehen oder keine Ahnung was. Oder ein Zufall, keine Ahnung. Aber ich habe Beautiful Desaster zuerst gelesen, also habe ich das dann gelesen und dachte nur, was ist hier los. Deswegen ist das einfach nicht meins. Dann den zweiten Teil, den mochte ich einfach nicht, weil die Message, die einfach rausgeschickt wurde, war nicht gut. Wie mit den Charakteren geredet wurde, war nicht gut. Wie Mädchen gesehen wurden, die nicht der Love Interest waren, war nicht in Ordnung. Die wurden so runtergemacht. Die waren alle nichts wert und keiner war so toll wie die Protagonistin. Und das mochte ich auch gar nicht. Ja und dann haben wir hier noch den letzten Teil. Den hasse ich einfach wegen der Protagonistin. Die ist der schlimmste Mensch der Welt. Sie verliert ihren Bruder und wird dann einfach unerstehlich. Also sie wird einfach zum schlechtesten Menschen der Welt. Weil sie behandelt ihre Eltern nicht gut, sie nimmt überhaupt keine Rücksicht auf ihre Eltern und mit sowas kommt überhaupt nicht klar. Also ich kann, wenn Protagonisten mit Absicht so geschrieben werden, dass man sie nicht mag, dann okay. Aber ich glaube, der Protagonist, also der Leser sollte Roxy mögen und das hat mal so gar nicht geklappt. Dann liegt hier noch ein Buch, was ich auf Englisch im Regal stehen habe und zwar ist das Die Heart of Ivy, geliebter Feind von Amy Ewing. Das ist einfach die deutsche Version von The Book of Ivy. Ja, wie gesagt, ich habe die englische Version im Schrank, deswegen ist die deutsche hier. Deswegen ist, die wurde nicht weiter übersetzt, gibt nur den ersten Band. Und ja, solltet ihr euch aber unbedingt ansehen, ist wirklich, wirklich gut. Äh, ja, dann habe ich hier nochmal zwei Bände, die ich jetzt halt in einer anderen Sprache habe, nämlich Captain Prince und Princess Gambit von CSP Cut. Ja, da habe ich ja jetzt das Bein-Dub, also die Prinzen im Schrank stehen, deswegen gibt es einfach keinen Sinn mehr, die englischen zu haben. Hätte ich jetzt den dritten auch noch, dann hätte ich vielleicht das Bein-Dub rausgetan. Ich bin mir nicht sicher, weil ich die eigentlich voll schön finde. Aber ja, ich habe mir den dritten nicht gekauft, deswegen, ich weiß nicht. Ich überlege, ob ich die halt einfach noch behalten soll, weil im zweiten Teil ein extra Kapitel noch drin ist. Aber ich bin mir noch unsicher. Im Moment sind sie einfach im Schrank der Schande, mal gucken, was da mit denen passieren wird. Dann noch eins, bei dem das Ganze der Fall ist, ist Mistborn von Brandon Sanderson. Das hier ist einfach das Buch, durch das ich nicht durchkam. Und jetzt habe ich mir das auf Deutsch gekauft, Kinder des Nebels heißt das. Und deswegen ist die englische Version im Schrank. Das werdet ihr ein paar Mal, wobei jetzt haben wir sie, glaube ich, alle durch. Aber das ist halt oft der Grund, warum Bücher im Schrank der Schande landen. Okay. Das nächste Buch ist eins, was vielleicht unter Umständen sehr bald wieder in meinem Regal landet. Und zwar ist es The Secret History von Donna Tartt. Ich hatte mich so hart gefreut auf dieses Buch. Ihr glaubt es nicht. Und dann habe ich angefangen zu lesen. An einem Tag, an dem es mir sowieso nicht so gut ging. Und ich habe auch irgendwann 18 Seiten geschafft. Und mir ist aufgefallen, ich kam nicht klar. Nicht unbedingt mit dem Englisch, aber wenn ich mir sowas angucke, ihr könnt das gar nicht so gut sehen, aber seht ihr, wie die ganze Seite komplett voll geschrieben ist, ohne Absatz, das hart. Und irgendwie, keine Ahnung, das Buch stand nicht unter einem guten Stern. So, und dann habe ich das in den Schrank der Schande gepackt und mir das auf Deutsch bestellt. Das heißt, die geheime Geschichte. Und ich habe drei bis vier Monate gewartet. Und dann hat Amazon gesagt, hi, wir stornieren die Bestellung. Ja, deswegen, ich denke, ich werde es nochmal irgendwann versuchen auf Deutsch. Wenn Amazon Nein sagt, dann versuche ich es halt nochmal auf Englisch. Also, mal gucken. Dieses Buch ist also nicht im Schrank, weil ich es nicht lesen will oder weil es schlecht ist. Ich will es unbedingt lesen. Am besten so schnell, wie es geht. Aber auf Englisch ist es so eine Sache. So, das nächste Buch hat hier eigentlich auch nichts zu suchen. Das ist nämlich Vollendung in Liebe von der Kunst mit sich selbst und anderen wirklich zu werden von Don Miguel Ruiz. Das hier war eines meiner Bucketlist-Bücher in Januar. Und ich fand es echt gut. Ich fand es wirklich nicht schlecht. Und ich will es eigentlich behalten, aber es passt halt nicht in mein Regal. Ich finde es hässlich. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich es unten dahin, wo der Laptop steht bei uns im Wohnzimmer. Vielleicht findet es da nochmal seinen Platz. Aber ja, das ist halt eigentlich nur im Schrank der Schande, weil ich es nicht im Regal haben will. Dann ein ziemlich überraschender Autor ist Love and Confess von Colleen Hoover. Ja, das ist das Colleen Hoover-Buch, was ich einfach hasse mit all meinem Herzen. Ich habe mittlerweile sowieso eine andere Sicht auf Colleen Hoover als damals, als ich zum Beispiel Hope Forever und so gelesen habe. Ich glaube, ich werde Colleen Hoovers Bücher nicht mehr lesen, außer Never Never, weil auf Never Never habe ich mich total gefreut. Deswegen, das werde ich noch lesen. Und danach glaube ich eher nichts mehr. Also auf jeden Fall nichts, was sie bis jetzt gepublished hat. Mal gucken, was dann noch kommt. Wenn da was kommt, was mich interessiert, dann vielleicht. Aber eigentlich habe ich im Moment nicht vor, was von ihr zu lesen, weil ich einfach finde, dass manche ihrer Bücher falsche Werte vermitteln. Oder Sachen romantis... die romanticize... Wie heißt denn das auf Deutsch? Also ich finde, die machen Sachen akzeptabel, die nicht akzeptabel sind. Und das finde ich nicht okay. Das möchte ich nicht unbedingt unterstützen. Und ja. Und Love and Confess ist hier einfach, weil ich es sau schlecht fand. Ich fand es... Ich fand... Also ehrlich... Es hatte so ein Potenzial. Und dann kam das. Nee, Freunde. Nee. Nein. So. Und dann ein Buch, über das ich eigentlich überhaupt keine Meinung habe und was total gemeines von mir, dass es hier ist. Das ist diese Nacht. Nein. In dieser ganz besonderen Nacht. Von Nicole C. Fosseler oder so. Das Buch habe ich nicht gelesen. Ich habe nicht mal angefangen, es zu lesen. Vielleicht liebe ich es. Das ist ein Buch, äh... über das ihr mit mir reden könnt. Also wenn ihr das gelesen habt und sagt, oh mein Gott, das ist das beste Buch der Welt, dann gebe ich dem Ganzen vielleicht eine Chance. Aber ich habe einfach das Gefühl, als wäre mir die Geschichte zu kindlich. Und... Ja. Ich weiß auch nicht, warum diese Geschichte fast 600 Seiten haben muss. Also 550. Es ist außerdem riesig und nicht besonders schön. Deswegen... Weiß ich nicht. Aber wenn... Wie gesagt, wenn ihr es gut fandet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann denke ich vielleicht nochmal darüber nach. Dann ein paar Bücher, die ihr schon kennt. Da verlinke ich gerne das pausierte Bücher-Video unten. Das sind Dorothy Must Die von Daniel Page, ähm... The Raven Boys von... me... ähm... Nein, Maggie Stiefvater und Alienated von, ähm... Melissa... Melissa Landers. Ähm... Ja, die Gründe, warum ich die hier abgebrochen habe, seht ihr dann im Positive-Bücher-Video. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nur so viel. Ich habe sie abgebrochen. Und deswegen... Und deswegen sind sie jetzt hier. Nur noch ganz kurz. Versuche ich es nochmal mit The Raven Boys. Ich bin mir so unsicher. Ich meine, mittlerweile bin ich sowieso gespoilert. Ich meine, ich bin nicht dafür gespoilert, wie es endet, aber ich weiß, eine Kleinigkeit über Roland, äh... mit der ich nicht gerechnet habe, aber gut. Ich bin mir einfach sehr, sehr unsicher. Sagt ihr mir. Gebe ich dem Ganzen noch eine Chance oder vergammelt es hier? So, dann noch eine ganze Reihe, die nicht mehr im Enderregal willkommen ist, ist die, ähm, Anna, Lola, Isla Trilogie von Stephanie Perkins. Die besteht aus Herzgaufen auf Französisch, Schmetterlinge im Gepäck und Rendezvous in Paris. Jo, ich fand den ersten Band super enttäuschend, den zweiten Band einfach absolut schlecht und, ähm, den dritten dann sehr gut. Das ist der Grund, warum die Reihe noch eine Weile bei mir stehen durfte. Aber mittlerweile hab ich, ich hab einfach keine Lust mit diesen hässlichen Büchern zu sehen, weil die sind ja wirklich hässlich einfach. Und es reicht mir einfach nicht mehr, ein Buch in der Trilogie zu mögen und dann die ganze Trilogie zu behalten. Das ist Blödsinn. Jedenfalls in meiner Welt. Also, ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, ich möchte jedes Buch besitzen, was ich gelesen habe. So wär ich auch, wenn ich ein größeres Bücherregal hätte. Wenn ich ein riesen Bücherregal hätte, dann hätte ich auch gern alle Bücher, die ich je gelesen habe. Aber dadurch, dass ich halt meinen Platz so umgehen muss, damit halt alles passt, ihr versteht schon, müssen halt manchmal Bücher raus und da ist es einfach unsinnig für mich, Bücher zu behalten, die ich im Grunde nicht gut fand. So. Dann ein Buch, was ich nicht mal versucht hab zu lesen. Das ist, ähm, Gossip Girl von Sicily von Sigisrao. Lass uns einfach feinde bleiben. Ich glaub, das ist nicht mal der erste Band. Das ist Band 8. Den hab ich seit ich 12 bin, da hab ich also noch nicht mal gelesen, ähm, weil ich mit meiner Mutter eine lange Bahnfahrt hinter uns bringen musste. Und da haben wir uns gedacht, komm, glaub mir den Buch. Ich glaub, ich hab zwei Kapitel gelesen und dann hatte ich keinen Bock mehr, deswegen ist es hier. Ähm, ja. Ein anderes Buch, was ihr aus dem Pausierte Bücher Video kennt, ist, ähm, The Archive von Victoria Schwab. Wie gesagt, guckt euch da das Video an, wenn ihr hierfür eine Meinung haben wollt. Und dann kommt ein Buch, was ihr kennt. Dazu gibt's eine Review, die werde ich unten verlinken. Und das ist Knots and Crosses von Valerie Blackman. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich der Reihe nochmal eine Chance gebe und Knife Edge lese. Aber ich hab's nicht bestellt. Ich weiß, wenn ich's bestellen werde, werde ich's nicht lesen. Das ist unnötige Geldausgeberei. Mich interessiert's nicht. Mich interessiert nicht, was mit diesen Charakteren passiert, was mit der Welt passiert. Die hab ich ja sowieso nicht verstanden. Ich hab einfach kein Interesse und deswegen ist das Buch hier. Ach, genau. Bücher, die ihr jetzt hier nicht seht, aber die ebenfalls mal hier drin waren, ist die Rush of Love Reihe von Abby Glyons, Little Secrets von Abby Glyons. Die hab ich meiner Kleinschwestern geschenkt. Also, Tabea, ihr kennt sie alle. Und Back to Paradise und Leaving Paradise von Simone Eccles waren auch mal hier. So, ein Buch, von dem ihr meine Meinung auch kennt, ist Soulmates von Bianca Yusevoni. Ähm, ja, auch ein Vier-Sterne-Buch. Ich wollte weitermachen. Ich hab mich jetzt dazu entschieden, nein, weil ich in der Mairischen stand der zweiten Band gesehen hab und mir einfach dachte, ich möchte mit denen nichts zu tun haben. Das interessiert mich nicht. Auf Wiedersehen. Deswegen, schreibt mir Schande. Eine weitere Reihe oder die Logie, die mich traurig macht, dass sie hier ist, ist die Herzverspielt-Reihe von Simone Eccles. Die besteht aus Herzverspielt und Herz verloren. Joa, Herzverspielt fand ich okay. Schlechte vier Sterne war in Ordnung. Und dann kam das hier. Herz verloren. Das war scheußlich. Es war schlimm. Es hat zwei Sterne bekommen. Ich hab's gehasst. Die Charaktere waren nicht cool. Ich hasse sie alle. Ich, äh, nein. Und dann hat's für mich halt einfach keinen Sinn mehr ergeben. Herz verloren. Auch noch da drückt. Nee, Herzverspielt. Noch hier drin zu haben, weil ich werd's nicht re-readen. Das interessiert mich nicht. Ist mir egal. Dann ein Buch, was wahrscheinlich im Wohnzimmer noch mal Platz finden wird, bevor wir es verkaufen, ist, ähm, Die Achse meiner Welt von Danny Atkins. Das war ja ein Bucketlist-Buch von meiner Mama. Auch hier, das steht einfach nur nicht im Regal, weil ich es nicht lesen möchte. Das ist also dasselbe wie mit Du bist noch nicht tot und sowas. Also hier meine ich nicht, dass es schlecht ist. Ich will es einfach nicht lesen. Joa. Dann haben wir hier Conversion zwischen Tag und Nacht von C.M. Spöri und Jasmin Romana Welch. Ich hatte, ich hatte so Ruhe. Ich wollte einfach, dass es gut wird und dann war es das nicht und die Insta-Love und und dann zum Schluss kamen Sachen raus und ich hab mir einfach gedacht, nein, 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 nein und ich ich werde nicht weiterlesen. Es interessiert mich nicht. Die Seiten sind voll weiß, aber es interessiert mich einfach nicht. Ich werde es nicht weiterlesen. Es ist im Schrank des Handel und da gehört es auch hin. Dann hab ich hier ein super random Buch Romeo und Julia. Das brauchte ich für ähm Englisch. Ich will es nicht nochmal lesen. Das ist im Schrank gestanden. Dann das vorletzte Buch ist ähm Pushing the Limits von Katie McGarry. Hierfür hatte ich die hohsten Ansprüche. Ich dachte, das ist eins meiner neuen Lieblingsbücher. War es nicht. Es war eher enttäuschend. Da hab ich mir gedacht, okay, ich lese den Rest der Reihe. Nein, tue ich nicht. Es ist einfach ein ewiges hin und her, lese ich den Rest der Reihe oder nicht. Und solange ich mir noch einrede, dass ich es mache, ist das Buch auch noch da. Aber wenn ich einmal entschieden habe, nein, mache ich nicht, dann landet es im Schrank. Ich werde es nicht weiterlesen. Ich fand das Buch nicht so gut. Es interessiert mich einfach nicht. Und ja. Ja, und dann die letzten beiden ist die Dilogie, mit der ich auch nichts mehr zu tun haben will. Und zwar die Mörderkomplex-Dilogie von Lindsay Cummings. Die besteht aus The Murderkomplex und The Death Code. Mörderkomplex fand ich ja sogar noch annehmbar. The Death Code war einfach nur noch schlecht. Ich kann den Hype wirklich nicht verstehen. Ich würde gern wissen, was die Leute gut finden. Ich werde von Lindsay Cummings wahrscheinlich auch nichts mehr lesen, weil ich den Schreibs ja auch nicht so geil fand. Einfach kein Interesse. Ja, und das war mein Unhaul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu in dieser ganz besonderen Nacht in die Kommentare oder wenn ihr zu irgendeinem anderen Buch noch was zu sagen habt. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!